Hallo zusammen, ich bin Tom von der Crazy Morphos und wir haben gesehen, dass die Jungfrau Zeitung die Aktion hat mit dem Wohnzimmerkonzert und sie wurde angefragt, ob wir hier mitmachen möchten und ich finde das eine ganz coole Idee und wir haben uns natürlich sehr gefreut über diese Anfrage und wir haben das Jahr ein spezielles Jahr, weil es uns das Jahr 10 Jahre gibt und ähm in diesem Jahr hätten wir eigentlich auch ganz schöne Höhepunkte erleben können, einerseits sicher das Openair, was leider nicht wird stattfinden, aus verständlichen Gründen und andererseits haben wir ein ganz cooles Projektchen, das wir mit dem Andreas Hunziker machen können, nämlich das Déjà-vu, so haben wir das getauft, das ist eigentlich eine Solitaire-CD von Hanri Amman, die wir nachspielen wollen und das findet im Anker statt. Im Moment sieht es nicht so rosig aus, wegen der gesundheitlichen Situation, die sicher allen bewusst ist, aber wir werden das sicher zu einem späteren Zeitpunkt durchführen können und wir freuen uns darauf. Ich sehe dir an, wie es jetzt gerade um dich steht, ob es wirklich dran ist, was du willst. So, es ist doch kein Schande, wenn du mal in Dreck bist, bis geholfen und mit Heulen noch, ob du dein Leben gar nicht trägst. Es hat Zeit gehellt alle Wunder, komm, das hattest du schon so. So kann ich mich nicht glauben. Und du, das habe ich auch schon manchmal gesehen. Und ich habe nichts geglaubt an meine Präume. Ich war fast schon so früh mit meinem Selbstmitleid. Und ich habe kein Mal gesehen vor lauter Böe. Und ich wollte springen, da ist die Sonne füllen. Und du kannst mich auf. Komm, probier es doch noch mal. Vielleicht hat es jetzt das Mal halt ganz von vorne. Komm, jetzt gib nicht gerade auf. Du kannst nicht einfach so draus, als hättest du verloren. Wenn du checkst, wie es läuft, ist die Hälfte vorbei. Wenn es blitzen und donneren, steht es nicht gerade. Und du kannst mich nicht glauben. Und du kannst mich nicht glauben. Und du kannst mich nicht glauben. Orang题 werden egal. Du redest dir ein, es geht speziell zu簡. Wird es ist nur so das Jaật? Mit einemكنlichen Augen zu dürfen. Etwas ist damit nicht stossen. Auswirkte dir? Vielleicht kommt's jetzt das Mal halt ganz von vorn Komm jetzt nehmlich grad auf Kannst nicht einfach so draus als hätt's verloren Red Jack ist wie's läuft, der ist die Hälfte vorbei Wenn's blitzt und dunnert, stört's nicht klar wie Kannst nicht glauben Komm, probier's doch noch mal Vielleicht haut's jetzt das Mal halt ganz von vorn Komm jetzt nehmlich grad auf Kannst nicht einfach so draus als hätt's verloren Kannst Schicksal nicht aufswingen, aber fühlen kannst du so Versuch mir aufgängende, was mit zwillern vor Kannst nicht glauben 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Jetzt, wo ich älter bin, ist es noch immer so, wo ich auch hergehe, kann ich nur kurz. Ich freue mich noch jedes Mal auf die Wochenende, wenn ich weiß, ich denke, ich spiele eine gute Band. Mit der Melodie, der Harmonie und der Lüpfige Tacht und das Lied hofft hat, ein bisschen lehrig ist, ein bisschen fähig ist, ein bisschen singt und klingt, Musik, was wirklich breit. Untertitelung. BR 2018 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das wäre es gewesen von unserer Seite. Wenn ihr auch Lust habt, bei diesem coolen Projekt von Jungfrau-Zeitung mitzumachen, dann meldet mich doch am besten bei Ihnen per Mail. Und ich glaube, es ist eine ganz coole Sache, wenn man in dieser Zeit, die eigentlich ein bisschen ernst ist, dass es sowas lustig kann haben, halt von zu Hause aus. Tschüss zusammen!